Es geht jetzt in die neue Saison. Die Mannschaft ist seit ein paar Tagen wieder im Training. Wir haben natürlich auch wieder neue Gesichter hier zu begrüßen. Dennis Wilke, Jens Schönger, dann haben wir noch einen dritten Neuen, der eigentlich kein Neuer ist. Altbekanntes Gesicht hier an Wien. Der neue Cheftrainer, Gennady Kaleppo. Ich freue mich wieder hier zu sein. Aber Leute, die mich noch erkennen, das ist schon ein bisschen schmeichelhaft. Das ist für mich, wo ich höre, Heinrich kommt hier, Heinrich kommt da, das ist schon angenehm. Aus meiner Sicht, denke ich, haben wir eine spannende Saison vor uns. Ich freue mich, dass Heinrich dabei ist für die nächsten zwei Jahre. Und ich bin mir sicher, dass er seine Philosophie relativ schnell in die Mannschaft reinbringen kann. Markus Bauer hat hier einen super Job gemacht, neunter Platz. Das war okay. Schneller Handball, schneller Abwehr, aggressiver Abwehr müssen wir weiterzuentwickeln und vielleicht zu verbessern. Versuchen wir in diesen sechs Wochen. Deswegen sind wir dabei und sichten noch den Markt, das heißt Latko hauptsächlich, aber auch in Zusammenarbeit mit Gennady. Und wir werden da zu gegebener Zeit sicherlich auch Vollzug melden können, um genau die angesprochenen Positionen auch entsprechend zu verstärken. zwei Jahre und drei Jahre und drei Jahre und drei Jahre. Fair. Töne. Untertitelung des ZDF, 2020